Und siehe da, der Aufschluss funktioniert wohl wieder. Ja, er funktioniert wirklich. Geil. Ich dachte, ich muss sie wieder mit der Rötreppe fahren. Sehr weit nach oben, das dauert ewig. Aber siehe da, der Aufschluss funktioniert. Danke, vielen, vielen Dank, DVG. Was ist denn, ich habe mich auch nicht mehr schon gefahren. Ist das jetzt von DVG? DVG-Bahn, B80C, auch wieder da. Einer vom Schnitt, die ist leuchtet nicht. Also oben, null. Ausgang, Buschsteig. Auf dem Buschsteig. Heute, vorbeigert war da auch noch, noch, noch in der Fälle. Ich habe jetzt sofort Mio gemacht. Und dann, Jetzt ist es gegen 19 Uhr und der Aufschluss funktioniert wieder. Anscheinend hat die DVG ein Video sogar gesehen und hat sehr schnell den Fingern gehalten. Und das war's auch in dem Video, bis in diesem Video. Tschüss.